Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich sollte mal vielleicht mal meine Kopfhörer umsetzen. Ich habe mal wieder die Fall schon aufgesetzt. Total blöd. Ich möchte natürlich den In-Game-Sound hören, sonst macht das Spiel nur noch halb so viel Spaß. Yay! Jetzt höre ich endlich wieder das, was ich hören möchte. Und zwar Final Fantasy 7. Ausgezeichnet. So, WB auch Tommy. Schön, dass du auch wieder da bist. Oder immer noch besser gesagt. Und Rias. Schön, dass du auch immer noch da bist. Ach, so viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie mein kleines Herz das verkraftet. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, den Weg wieder zurücklaufen. Ganz normal. Ah! Jetzt ist hoffentlich der Weg vorbei. Ja. Los geht's. Ich komme noch irgendwo runter. Da war eine Treppe. Das andere, wo man hoch und runter gehen kann. Äh, Fahrstuhl. So. Ähm. Oh. Wundervolle Gegner. Aber hier scheinen noch mehr Geister rum zu geistern. Höhö. Ah, da ist aber eine Kiste. Dann brauche ich die Gegner doch. Ähm. Einfach in der Luft angreifen. Wundervolle Gegner. Und hier ist einer ist da noch. Ähm. Ich glaube gegen die war... Ero ganz gut. Ganz gut. Oder auch nicht. Ach. Ich will die ganze Zeit mit X springen, aber man kann ja gar nicht springen. Das macht ja automatisch. Das finde ich nebenbei mega ätzend. Weil die Kamera dabei so ganz komisch sich bewegt und manchmal irgendwo... Also irgendwie ist es nicht immer sichtbar ist, wie es eigentlich sein sollte. So. So. Ein Echo-Schirm. Yay. Und ab in den nächsten Zug. Ähm. Mal gucken, wo wir jetzt ankommen. Okay. Das sieht nicht so aus, dass wir hier raus können. Das ist auch in Ordnung. Dann gehen wir hier. Das ist auch in Ordnung. Geschafft. Hm. Nichts wie weg hier. Na nur? Oh. Kennst du sie? Marlene? Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Es ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Hm. Werde ich nicht. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater. Papa ist spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Marlene, hör mal. Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Tiefer. Alles okay? Ja. Gehen wir. Finde ich auch. Lass uns hier erstmal ein bisschen ausruhen. Wir haben es eilig. Deswegen müssen wir erstmal ausruhen. Wunderbar. Alle wieder fit? Sehr schön. Dann wollen wir hier weiter. Ach. Das sieht mir doch schon... ...ein bisschen vertrauter aus hier. Was war das? Moment. Da ist so ein Hebel. Was macht der? Ah, der dreht das Ding. Die Plattform dreht sich. Jetzt kommen wir vielleicht rüber. Voller Einsatz. Oh. Wait. Ach nun. Das sind nur Wehrraten. Ich werde jetzt wieder zum Ernst nehmen die Gegner. Aber nö. Das sind nur ein kleines Wehrrati. Oh. Oder auch nichts. Geister. Der mit. Nutz mal Feuer. Auf den Geist. Und. Da ist noch ein Geist. Und der darf. Die haben immer noch nicht ihren ATB-Walten voll. Jetzt darf er. Eris. Magie. Vita. Auf Geist. Magie. Feuer auf Geist. Oh. What? Hier wird das geschafft. Ey. Der Geist lebt ja noch. Warum kümmert ihr euch nicht erstmal um den euren Geist? Ach. Da kommen die hässlichen Blutsauger-Viecher. Ja. Hab's verstanden. Ihr seid kacke. Oder auch angenutig. Beides in Ordnung. Ähm. Okay. Magie. Vita. Ach komm. Erstmal auf den Geist. Kleine Schau. Gefällig. War okay. Hm. Nee. Das war irgendwie alles Matsch. Aber okay. Passt schon. Haben wir trotzdem irgendwie hinbekommen. Also hin im Sinne von kaputt. Also aber trotz allem. Sind wir hier noch nicht durch. Ich dachte eigentlich, dass wir hier nur noch durch dieses Gebäude durch müssen. Dann ist alles okay. Aber nee. Weit gefehlt. Wo sind wir denn? Orientieren wir uns mal. So weit sind wir gar nicht mehr. Entfernt. Ah. Ah. Wenigstens haben sie die Lokomotive drin gelassen. Sehen wir nach. Genau. Weil die. Ich glaube wir haben Glück. Es scheint noch zu gehen. Es gab nämlich eine Lokomotive. Die musste man nämlich bewegen. Jawohl. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Monsieur Croissant. Was ist denn das da? So ein komischer Strudel. Bist du okay? Ja. Hm? Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist nicht mehr so gut ist. Was ist denn? Ja, ja. Wir können sie jederzeit runterstürzen lassen. Allerdings gibt's ein Problem. Hey, nicht ganz auf Welt bitte. Wenn wir abstürzen, war alles umsonst. Der Stadtebericht. Wie gibt es Probleme? Ganz im Gegenteil. Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer. Wie alt macht man, Juni. Das ist die Welt, was da sind. Je mehr Leute, wird der bleiben, der beeindruckt. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles nach Plan läuft. Diva. Das mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir es. Wir müssen es schaffen. Wir haben Freunde, die auf uns warten. Gibt's noch Kisten? Erstmal gucken, ob wir Kisten finden. So viel Zeit muss sein. Okay. Scheinbar nicht. Na dann, los geht's. Hoffen wir, das war... Was ist da? Ach, da sind wieder Viecher. Ja, komm. Push. Auch die Dinger holen wir vom Himmel. Keine Sorge. Na nun. Ah, gar nicht gut. So. Da liegt noch eine Kiste. Das ist gut. Aber wir kommen auch dem ganzen Ding hier noch ein bisschen näher. Ach, Mensch. Ah, ne. Hier ist noch eine Lokomotive. Die wir ganz bestimmt nutzen können. Einmal Dreieck gedrückt halten. Und bewegt dich. Seht euch das an! Uh, Licht! Uh, Licht! So. Dann wollen wir auf jeden Fall Oh, Kiste. Uns die eine Kiste hier holen. Dann prügeln wir die Gegner auf der anderen Seite nieder. Und dann holen wir uns die nächste Kiste. Hallo! Au! So. Die holen wir gleich vom Himmel. Keine Sorge. Nee, nix mit Frostatem. Ähm. Ero. Niederer, Schlimmer. Äh, nein. Schimmer. Ich hab gelesen. Niederer, Schlimmer und Schlimmer. Okay. Das war's. War's das doch? Keine Kommt! So, einmal der Schlimmer ist weg. Ach, die sind beide weg. Umso besser geworden. Hier sind nochmal Kisten. Die nehmen wir mit. Ähm. Aber hier war noch irgendwo eine Kiste. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die hab ich hier durchgesehen. Als wir hier durchgewandert sind. Vielleicht war das auch einfach nur die. Moment. Ah. Ich glaube, das war die Kiste. Ähm. Los jetzt. Äh, wait. Hier geht's... Ne, hier geht's nicht lang. Oder geht's da doch lang? Ne, da geht's nicht lang. Aber wir können zumindest hier drauf. Äh. Komm jetzt. Drauf da. So, der Weg sollte nicht mehr weit sein. Auch schon wieder eine Lok, die ich bewegen muss. Ähm. Okay. Ah, da ist der Weg runter. Moment mal. So, genau der Weg, den wir schon mal waren. Blöd ist das denn? Das heißt hier, ah, hier ist noch eine Lokomotive, die wir bewegen können. Ich dachte gerade so, welche Lok soll man hier bewegen können. Aber ja gut, okay. Das heißt, der eine Weg war eigentlich völlig unnötig. Danke. Weiter. Genau. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Nein! Ah. Steuerung. Steuerung trollt mich. So, äh. Wo war's? Wo war's? Da lang. Und jetzt auf den Zug. Und hier rüber. Dann darüber. Und dann hier drauf. Haha. Na, das sieht doch richtig gut aus. Wobei, das da oben gefällt mir. Ja, und hier ist natürlich wieder ein Bett. Kein Wunder. Wir kommen wieder irgendeinem großen Kampf entgegen oder so. Na komm, dann ruhen wir uns nochmal aus. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen einen Hubschrauber kämpfen oder sowas. Na dann. sind fast da. Schnell. Ja. Klaut! Ah! Eris! Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. hast du mich beschützt? und du bist der Fischer. Alles muss versteckt sein. Alles muss versteckt sein. Kannst kommen. Kannst kommen. Hab dich. Ach, so ein Mist. Hab dich. Hat er mich so gut versteckt. Äh, und Eris? Kannst kommen. Hans kommen. Kannst kommen. Hans kommen. Hans kommen. Komm an! Hans, komm an! Mama! Eris! Wir haben dich, Eris. Nanu, was soll denn das jetzt? Das habt ihr wohl? Kommt der hier mit nem Pferdchen angerollt. Okay, das gefällt mir aber nicht. Wie heißt denn der hier? Igor, okay. Ähm. Gleiches Spiel. Wir werden natürlich erstmal Fertigkeit in der Analyse starten. So, wirksames Eis. Das ist schonmal gut. Triffst es mit windelementaren Attacken, während es sich in der Luft befindet, um schnell seine Schockleiste zu füllen. Greif es in der Luft mit einem Sprung an, um es auf den Boden zu holen. Okay. Au. Ui. Das war irgendwie gerade seltsam. Okay, das ist alles wirkungslos. Aber, da sind meine kleinen Mädels unterwegs. Eis. So, das bringt alles nichts. Magie. Blitz Ero Antidot. Achso, das ist Cloud. Ähm. Ich versuch's einfach mal. Ich will's einfach nochmal ausprobieren. Ah, ne. Geht leider nicht. Megatrank. Ne, geht auch nicht. Hätte ja klappen können. So, Blitz Ero Antidot. Klar, Ero. Ach ne. Eis war's, was wir brauchen. Dann gibt's ne Fertigkeit. den Mutangriff auf Geligoa. Ah, alles wirkungslos. Das ist kürzend. Na dann. Eis. Gib ihm. Ne. Ne, das wollte ich gar nicht. Oh, reduzierter Angriff. Wenigstens etwas. Wir können zumindest mal probieren, noch mal Feuer drauf zu werfen. Oh, schläft. Alter. Jetzt übertreibt das aber. Äh, übertreibt das aber. Komm. Geht auch. Ah, wie schnell der aus dem Schock da draus gekommen ist. Aber ich glaube der macht jetzt ne andere Fertigkeit. Ne. Das macht nix. Wir müssen die Barriere aufheben. Ich dachte wir. Können das. Können mit. Ah ne. Blödsinn. Mit Ero war das. Alter. Tausend. Das war doch jetzt für ein Joke. Und. Jetzt geb ich alles. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Einmal bitte Vitra of Cloud. So. Das ist alles wirkungslos. Aber. Kreuzschlag. Ich glaube das könnte was bringen. Das hat. Viel gebracht. Nämlich gar nix. Ähm. Beschwörung ist offen. Gegenstände. Alalalala. Ne. Gegenstände ist Blödsinn. Magie. Auf jeden Fall müsst ihr euch heilen. Und. Okay. Beschwörung klappt hier nicht. So. Und. Jetzt. Sollte Magie aber klappen. Und zwar Ero. Mit Ero kann man ihn wohl. Vom. Himmel holen. Wenn er nicht gerade dabei ist wegzulaufen. Das ist jetzt blöd. Aber. Dann können wir ihm nochmal kurz einen. Äther einwerfen. Okay. Ah. Er ist wieder. Auf dem Boden. Das ist gut. Dann. Können jetzt nämlich. Die Damen. Wieder mit. Moment. Ne. Du hast Schokomoppel. Magie. Eis. Eis wollte ich. Und. Ares. Hat. Shiva. Ich hab dich schon erwartet. Los Shiva. Tu dein bestes. Jawoll. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen. Ähm. Dann. Oh. Ne. Klaut nämlich erstmal den Limit. Solange er. Schaden damit bekommt. So. Und. Jetzt kann er noch die Esper Fähigkeit Eissapfenhagel einsetzen. Ah. Er ist wieder in der Luft. Ah. Er ist wieder in der Luft. So. Die beiden Mädels können auch sicherlich nochmal ein bisschen Eis machen. Oh. Moment. Da waren jetzt. Irgendwelche Räder. Die wir angreifen können. Esper Fähigkeit Eissapfenhagel auf seine Räder. Ah. Das tat weh. Ähm. Eris hat noch ganz viele Magiepunkte offen. Und kann dann dementsprechend auch Vitra casten. So. Cloud kann aber wieder Gegenstände nutzen. Und zwar Aether auf. Tiefer. Und. Ah. Ist eigentlich gut Cloud hier. Fiefer! So. Knieseln natürlich diese Räder. Aber. Fiefer gibt nochmal alles. Komm. Hm. Küsschen von Fiefer. Das ist doch nett. Das hat. Gefruchtet. Einmal nochmal Eismagie. Ich glaube das hält dann noch so lange aus. Oder auch nicht. Oh doch geschafft. Das war mal ein Kick. Was will er? Wahnsinn. Ich bin tot. 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 Geht doch. Ähm. Gut. Jetzt wo wir hier durch sind. Wird es Zeit sich um die. Um Sektor. Oh. Das sieht ja böse aus da drüben. Um Sektor 7 zu kümmern. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Also bis bald und bis gleich oder bis dann oder wie auch immer ihr das Ganze seht. Ciao.